Das ist auch nicht mehr so gross, oder? Das ist auch nicht mehr so gross, oder? Das ist auch nicht mehr so gross. Hinter dem Taubensee. Hinten vorne. Hinten dran. Ich dachte, das geht nachher mehr durch. Da vorne. Ich dachte, das geht nachher durch. Nein, das ist da vorne, wo es dann nachher durch geht. Genau. Ich dachte zuerst, das geht nachher nachher. Wenn du aufgehst, ging es nachher. Da muss ich mich nicht mehr erinnern. Dass es so weit geht. Das ist eigentlich das steilste Stück. Das hast du dann gemacht. Das ist eigentlich ein schwerer Weg. Dann geht es auch noch ein bisschen ab. Aber es ist ein breiter Weg auch nicht so, weisst du? Da können sie natürlich nicht mehr durchfahren. Ja, aber... Also, die Velo schon. Aber mit dem Auto so kannst du nicht mehr. Nein, das kannst du nicht mehr. Das ist fertig nachher. Das ist fertig nachher. Das ist fertig. Ja. Ja. Jetzt rollt er. Oh, ja du. Nein, fertig. 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 Hier ist er gut. Hier bin ich gestanden. Ich werde ein Foto machen. Ich habe mich nur dreid und bin schon im Boden gelegt. Ja. Bist du da? Bist du da? Bist du da? Fertig. Wie ist das? Ja. Vielen Dank.